Hallo zusammen! Schöne Untertitelung des ZDF, 2020 Mercedes Steht an der Box bereit Steht an der Box bereit Paul Rosso Steht an der Box bereit Steht an der Box bereit Steht an der Box bereit Camelton Hat sich seinen Heckflügel abgerissen Clazer Ist jetzt Zehnter, weniger als drei Sekunden vor dir Du bist jetzt Elfter Max Verstappen Hat seinen Frontspoiler verloren Sergio Perez Ist ausgeschieden drüben im Streckensabschnitt 3 Octobon to the area Ist aus dem Rennen, irgendwo im Streckensabschnitt 3 Pascal Wehrlein Ist ausgeschieden drüben im Streckensabschnitt 3 Mike Junior Ist aus dem Rennen, irgendwo im Streckensabschnitt 3 Magnetic Ist ausgeschieden drüben im Streckensabschnitt 3 Glühlein Lassschnitt Die Spitzende hat sich an die Spitze vorgearbeitet. 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 Die Spitzende hat sich an die Spitze vorgearbeitet.